Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die besondere Ehre, zwei Gäste aus Berlin bei mir zu haben. Den einen Gast kennen Sie bestimmt schon. Sie ist mehrfache Weltmeisterin im Bogenschützen innerhalb von Deutschland. Und die letzte Olympiade hat sie sogar Brose noch gewonnen. Als ältere Dame in diesem Spitzensport, will ich mal so sagen. Aber die Tochter hat auch noch ihre Mutter mitgebracht. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ansatz, auch mal mit der Mutter zu sprechen. Denn als Eltern fragt man sich immer wieder, wo setzt man Punkt ein, dass das Kind sich nicht verschleißt oder nicht zu viel trainiert und letztendlich viel Schmerzen erleidet. Das ist das Thema, was ich gleich angehen werde. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, also die beiden Gäste. Einerseits die Mama, herzlich willkommen, liebe Jacqueline Unruh. Und natürlich die berühmte Tochter Lisa Unruh. Ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen Dank. Und danke, dass ihr diese Reise gemacht habt da zu uns. Ja, ist ja schön hier. Großartig. Ja, ja, ja. Aber ich fange mal mit der Mama an. Ich habe zwei Töchter gehabt, die ziemlich stark im Sport drin sind. Und die eine ist jetzt auch schon wieder irgendwie, sie ist ja 25, nein, 23, hat jetzt aber jahrelang Probleme gehabt mit den Knieinständigen, Schmerzen, aber mit 23, mein Gott, das ist einfach nur Mist. Wo war für dich da die Grenze? Wie hast du das erlebt mit deiner Tochter, die diesen Spitzensport vorangetrieben hat? Sie ist so reingewachsen oder wir sind da so reingewachsen. Es war jetzt nicht irgendwie irgendwie plant, dass sie beim Schwimmen anfängt, sage ich mal so. Und auf der Sportschule, da hatte sie einen weiten Weg zur Schule. Und ich habe gemerkt, dass was nicht stimmt, weil ich sie immer vom Bahnhof abholen musste. Und wir wohnen ungefähr fünf Minuten vom Bahnhof Fussmarsch. Und sie hat auch darauf bestanden, dass man sie abholt, weil sie konnte kaum noch laufen. Und da habe ich gedacht, nee, so geht es nicht weiter. Das war sechste Klasse. Und da müssen wir was tun und was ändern. Und wir müssen einen neuen Sportart finden. Da hast du aber nicht viel Liebe geerntet, oder? Sie war sehr skeptisch, weil sie es geliebt hat, total. Das Schwimmen. Ja, genau. Und ich glaube aber, dass ein Kind in dem Alter das noch nicht so einschätzen kann. Wo der Punkt ist, an dem es sich quält oder so. Sie hat gedacht, das muss vielleicht so sein. Und darum musste man da an der Stelle eingreifen. Vielleicht gab es bei dir, du hattest Schultenschmerzen oder konntest nicht mehr laufen, wegen Beinschmerzen. Was war jetzt da? Nee, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ja, also man geht als Elf-, Zwölfjährige morgens viertel vor sieben aus dem Haus, hat dann den ganzen Tag Schule, den ganzen Tag Training und kommt dann abends um 19 Uhr nach Hause. Also ich weiß es jetzt immer nur, ich war einfach so fertig, dass ich mich dann einfach abholen und lassen musste, tatsächlich. Ja, das war eine krasse Zeit. Also da war ich einfach so müde und kaputt. War nicht so gut. Aber es ist doch gut, dass sie am Machtwort gesprochen, aber wie hast du das umgesetzt? Hast du zuerst einen alternativen Sport gesucht für die Tochter, wo du sie begeistern konntest? Ja, wir hatten versucht, sie dort auf die Sportschule, da war sie sehr zufrieden, oder wir auch, das war eine Gesamtschule. Ein paar Orte weiter und jedenfalls wollte ich gerne, dass sie da bleibt. Und die hatte aber nur die Schule bestimmte Sportarten. Und wir waren beim Volleyball, haben wir geguckt, wegen der Größe. Das war aber nicht, weil da hätte sie auf einer anderen Schule auf müssen. Und dort gab man mir den Tipp, dass Bogenschießen gerade aufgebaut wird. In einer alten Tonhalle, wo auch noch ganz Große trainiert haben in Berlin. Die haben sie zugemacht, Teppich ausgelegt und da wurde zuerst geschossen. Und da bin ich dann hin, alleine. Und das war so süß. Da saßen zwei Jungs und die Trainerin war da. Und da sagte dann der eine Junge, kommt dein Sohn auch her? Nee, vielleicht meine Tochter. Das ist ja noch besser ein Mädchen. Das war so süß. Und ich kannte einen Bogen von früher als Kind. Und dort habe ich gedacht, das sind Satellitenantennen mit diesen ganzen Stabbis überall dran. Oh, das sieht doch toll aus. Ja, und so hat das alles begonnen. Und dann haben wir versucht, das schmackhaft zu machen. Und das? Das Schießen so überhaupt. Hat dann auch geklappt? Hat erst mal noch nicht geklappt, tatsächlich. Also ich habe erst mal einen Vogel gezeigt, als man mir das Wort Bogenschießen genannt hatte. Weil ich wollte eine richtige Sportart machen. Also ich habe es auch damals unterschätzt, so wie so viele. Das Bogenschießen generell unterschätzen. Ja, ist ja total leicht. Ist es Spitzensport? Ja, auf jeden Fall. Körperliche Konstitution muss perfekt sein, oder? Also man braucht schon ein paar Fähigkeiten, beziehungsweise sollte man erlernen währenddessen. Deswegen bin ich erst mal so davon abgegangen. Deswegen war es erst mal Volleyball. Ja, machen wir erst mal Volleyball. Aber das, wie schon gesagt, war halt nicht so. Und dann habe ich es doch tatsächlich probiert. Und es war wirklich, wie sie gesagt hat, beim Schwimmen ist es mehr so ein rauerer Ton. Da wird ein bisschen, so ein paar Machtwörter gesprochen. Und beim Bogenschießen, du kommst da rein und das ist total freundlich, total nett. Die Leute haben Spaß. Und ich dachte, oh mein Gott. Es war wie ein Kulturschock, ja. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Absolut. Das hat mir meine Tochter auch gesagt, als sie mal dann in einen Mannschaftssport gewechselt hat, im Synchronschwimmen, Eiskunstlauf. Plötzlich, Mannschaftssport, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja so schön. Gemeinsam, statt jeder gegen alle. Ja, ja, total. Wie hast du das als Mutter erlebt? Weil ich sehe das auch immer wieder im Fußball, wo die Väter draußen sind und schreien und tun und machen und das Kind anfeuern und sagen, was alles falsch ist. Im Eiskunstlauf genauso. Die Mütter sind manchmal wirklich diejenigen, die die unerwünschten Träume leben wollen übers Kind. Und gar nicht das Kind selbst sein kann, was es will. Hast du das auch so erlebt? Ich habe wirklich versucht, das Kind nur zu unterstützen. Das, was es macht, macht es alleine. Und wenn dann eben, es sind ja mehr Misserfolge, wenn man schwimmt oder wenn man zum Wettkampf geht, gewinnt man ja nicht jedes Mal. Und da eben anzusetzen, zu trösten und wieder Mut zu schaffen und nicht zu schimpfen, warum bist du nicht eher losgeschwommen, warum hast du nicht getroffen und diese Sprüche alle. Ich finde es nur ganz furchtbar von den Eltern. Aber das Kind macht sicher immer so einen Rücktrug selbst. Ja, absolut. Also meine, zum Beispiel die eine, die konnte ich eine Woche vor dem Wettkampf nicht mehr sprechen mit dir, weil die war so angespannt. Auch keine Gesichtsmimik mehr, gar nichts. Und nach dem Wettkampf ging es wieder los, weil der Druck war so groß, dass sie natürlich meistens nicht sich halten konnte, oder? Na, wie kann man als Elternteil denken, dass das Kind in dem Moment nicht alles gibt? Es gibt ja in dem Moment alles. Und mehr ist dann nicht. Und das muss man akzeptieren. Das ist, wie es ist. Und auch dem Kind sagen, du hast doch alles gemacht, ist doch okay. Und das finde ich ganz wichtig. Ja, nicht jeder kann der Beste sein. Und das ist ja auch nicht der Anspruch, oder? Nee. Aber nochmals, mir war es extrem wichtig zu sagen, wenn ein Kind wirklich nach Hause kommt und Schmerzen hat, dann würdest du eigentlich einen Appell an die Eltern setzen und sagen, jetzt müsst ihr wirklich die Reisleine ziehen, oder? Gucken, ja. Weil es ist es ja einfach nicht wert, dass man dann irgendwelche Sportinvalide hat. Das haben wir beim Fußball ja auch massenweise, zum Beispiel, wo man da sieht, mit 25, 30 können sie kaum mehr gehen. Und das ist es doch nicht wert, oder? Ja, oder beim Schwimmen, die müssen dann ganz dünn sein und magersüchtig werden. Ja, auch noch beim Schwimmen. Ja, das kann passieren, mit dem Ernährung. Und dann fummeln sie doch an allem rum, dass man zur Perfektion aufsteigt. Hattest du in deiner sportlichen Laufbahn irgendwo mal auch Verletzungsprobleme? Ja, aber als Bogenschützin. Also ich hatte vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren eine Schulter-OP, die auch wirklich sein musste. Ist das auch wieder zurückzuführen noch auf die Zeit beim Schwimmen? Nee, würde ich nicht sagen. Also man konnte mir tatsächlich die wahre Ursache des Problems nicht sagen. Also es war ein Längstriss in der Supraspinatus-Szene, die läuft hier lang. Das kann Abnutzung sein. Ich meine, 20 Jahre Bogenschießen, das geht wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt an einem einfach so vorbei. Also auch wieder eine Verschleiß? Wahrscheinlich. Also sie haben gesagt, ich bin ja auch Bundespolizistin. Und da macht man ja auch Polizeitraining, wo man auch mal auf der Matte liegt. Und es kann auch sein, dass es dabei passiert ist. Man muss nur blöd irgendwie fallen und dann ist da ein kleiner Riss und dann schießt man und dann wird es noch ein bisschen mehr und dann fällt man wieder irgendwo hin. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es so. Und ja. Und das ist ja doch ein bisschen ein Wunder, vor zwei Jahren operiert und dann ging es an die Olympiade nach Tokio und du warst wieder top beieinander. Diese zwei Jahre Regeneration, also innerhalb von dieser kurzen Zeit an die Spitze zurückzukriegen, hätte wahrscheinlich niemand erwartet. Ich habe es erwartet, dass es gerade gereicht. Du, ach, dein Kopf wieder. Ja, ja. Ich war voller positiver Energie. Also die Zeit der OP und beziehungsweise danach und auch die Zeit, wo ich nicht trainieren konnte, sondern Reha-Training hatte. Ich habe immer, also ich war mit meinen Gedanken immer, ich werde bald wieder schießen. Also ich habe alles dafür getan, dass ich nicht irgendwie, dass nicht irgendwelche negative Vibes da kommen und sagen, naja, schaffst du eh nicht. Sondern doch, ich schaffe das. Wenn es jemand schafft, dann bin ich das. Und so habe ich mich gepusht und irgendwie nach vorne getrieben und ich wurde super umsorgt, sag ich mal, vom Physio-Team, von meiner Reha-Trainerin, von meinen Trainern. Super unterstützt und ja. Ich habe dich am Anfang vielleicht ein bisschen frech als Oldtimerin im Sport bezeichnet. Aber es ist doch so. Die meisten sind doch viel, viel jünger und hören dann irgendwann auf. Oder ist das eine Fehlvorstellung von mir? Also bei den Frauen, wenn man international schaut, gehöre ich schon zu dem älteren Kaliber. Ja, aber bei den Männern tatsächlich, da sind von bis, also von 20 bis 40 ist da wirklich alles dabei und auch mit vorne. Also die sind ja nicht, wenn man älter wird, naja, die schwimmen nur noch so mit. Nee, die sind wirklich noch vorne dabei, sind am Start, sind gut, haben die Erfahrung. Ich denke, dass es bei den Frauen eher daran liegt, Familienplanung. Also, weil Bogenschießen ist sehr, sehr langwierig. Also wir schießen nicht mal kurz zwei Stunden und dann auch wunderbar sind was. Liegt? Nee, da ist dann so ein Trainingstag so sieben, acht Stunden, weil man sechs Stunden ungefähr schießt. Und dann hat man ja auch noch Athletiktraining, dreimal eine Woche Krafttraining, Laufen, Yoga mache ich ja auch noch, meditiere etc. Man pflegt sich auch noch mit Stretching etc. Und dann ist dann so ein Tag irgendwann auch mal vorbei und wir sind auch viel unterwegs. Also unsere Wettkämpfe dauern immer eine Woche. Also es ist nicht einfach so am Wochenende, sondern dann wochenweise weg und immer im Ausland. Und dann eine Familie, schwierig. Deswegen denke ich, dass da ab 35 ist dann doch da eher Ende, würde ich sagen. Wie weit schießt du eigentlich denn ins Schwarze? Über welche Distanzen? Also ich bevorzuge es, ins Gelbe zu schießen, weil da gibt es die meisten Ringe. Ach, der Gelbe ist irgendwie da. Ja, genau. Und das sind 70 Meter. Klassiker, oder? Ja. Wie viel? 70 Meter. Okay. Also. Die Olympische Distanz. Okay. Du würdest auch den Apfel treffen, der auf dem Kopf ist da irgendwo bei einem? Bestimmt. Sicher. Wow. Okay. 70 Meter Schuss. Ja. Also dieser Schuss musst du ja echt berechnen. Der wird durch eine Ellipse fliegen, oder? Wir haben eine ballistische Kurve drin, genau. Aber wir können mit unserem Visier, womit wir zielen, können wir schon auf die Scheibe halten und dann... Ah, das wird eigentlich berechnet? Ja, das ist ja ganz einfach. Nein, es ist... Wenn man es macht, dann ist es auch... Da muss ich ja nur auf das Fadenkreuz und Tränen zum Pferd, oder? Ja, ja. Das wird nicht gehen, oder? Aber man kann es probieren. Nochmals zu deiner Regenerationsphase. Hat dich da irgendwas in dieser Phase drin massiv unterstützt, dass du dieses schnelle Comeback gemacht hast? Ja, also ich habe mehrere Tools, sage ich mal, an der Hand. Unter anderem zum Beispiel auch die Kleinchen Felder Schlafmatte. Die Magnetik, ja. Genau. Und auch zum Beispiel die Sitzmatte. Dadurch, dass die Schlafmatte ja so groß ist und auch relativ schwer, ich glaube, die hat fast fünf Kilo oder sowas, die habe ich denen jetzt auch nicht immer mitgeschnitten. Nicht nach Tokio, ja? Nicht nach Tokio, aber die Sitzauflage, die ist ein Hauch kleiner, also für Stühle, wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat oder sowas. Ich habe sie oben, ja. Ah, perfekt. Wie gesagt, da habe ich sie auch und die habe ich mit zu den Wettkämpfen genommen und unter anderem war sie auch in Tokio mit, weil ich halt einfach gesagt habe, ich fühle halt einfach was. Und wenn es nur Einbildung wäre, weiß ich jetzt auch nicht, glaube, aber ich fühle da was. Ich habe ganz am Anfang was gefühlt, so ein Strömen und so ein Rauschen. Und ich habe auch diese Magnetstreifen, die Länge, habe ich auch immer über die Schulter gelegt, einfach bei Wettkämpfen zur Regeneration einfach, weil ich auch gemerkt habe, die ist jetzt schon beansprucht. Das hat mir sehr viel geholfen und jetzt nochmal zurück zu Tokio. Ich hatte halt die kleine Matte immer mit, weil die halt einfach besser reinpasst und deswegen ist es der halbe Körper drauf. Und ich bilde mir ein, dass es was gebracht hat, definitiv, ja. Ich glaube, das ist keine Einbildung. Das ist ja rein von der wissenschaftlichen Seite her gut dokumentiert, dass die Durchblutung besser wird. Und diesen Streifen habe ich jetzt gerade bei meiner Mutter probiert, die kaum mehr gehen konnte. Hier Treppe rauf, Treppe runter. Wir wollten schon operieren und jetzt hat sie diesen Streifen reingelegt, läuft wieder rauf, runter und sagt, Operation abgeblasen. Ja, super. Da dachte ich mir, das ist auch ein Wunder. Aber das hast ja du auch erlebt, oder? Du hast ja noch diese leidige Geschichte mit, ich kann es nicht aussprechen, Fibromyalgie oder so was. Ja, super, ja, hast du gut gemacht. Ja, genau, ich habe auch langsam angefangen mit der Matte. Immer Stück für Stück hochgezogen. Man sollte nicht gleichlegen, je nachdem, nach körperlicher Lage. Und man hat es auf jeden Fall an den Füßen, die haben mir gekribbelt am Anfang. Und ich hatte immer geschwollene Finger. Und die sind weg. Wirklich? Das ist so toll. Das ist auch eine typische Durchblutungsvergessung. Und die Schmerzen gehen auch retour. Ja, sie sind auf jeden Fall runtergefahren. Das ist auf einem guten Weg. Ja. Ich kenne so viele Leute. Der Weg ist sehr weit, aber auf jeden Fall ist es hilfreich. Es ist für mich, ich sage mir immer, es gibt nicht das eine. Es ist im Ganzen zu sehen. Und da ist es ein gutes Kennzeichen dafür, mit dieser Sache zu arbeiten. Danke für diesen Geheimtipp. Gehen wir aber nochmals zurück zu der Phase, wo sie groß wurde. Wie hat denn die Mutter eigentlich die Tochter ernährt? Hat sie da schon speziell was gemacht, dass die Tochter so kraftvoll fit rausgekommen ist? Oder war da am Anfang überhaupt noch keine ernährungsspezifische Komponente dabei? Ja, ich muss sagen, sie war von Anfang an schon als kleines Kind ganz doll kräftig. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Und erst wie ich so krank wurde, habe ich wegen der Ernährung geguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wie so eine Entwicklungsphase. Und vorher haben wir ganz normal immer gegessen. Und wenn wir da schon hätten, viel, viel eher angefangen. Ich denke mal, da hätte man nicht so viel an sich arbeiten müssen, noch weniger zum Ziel zu kommen. Also das ist krass gewesen. Man hat sich keine Gedanken mehr gemacht früher. Nicht viel. Ja, aber als ich jugendlich war, da habe ich ja auch angefangen mit viel Salat, viel Frisches. Das war eigentlich auch immer Selbstgekort. Ja, das stimmt. Aber so dieses glutenfreie Laptose weg und so, das sind alles Entwicklungsphasen. Klar, noch nicht so modern. Was wird denn heute aus dem Spitzensport von den Trainerherren vermittelt? Von unseren Trainern? Also, naja, jetzt nicht viel Süßes sollte man. Also da achten sie darauf, dass es nicht so viel Süßes ist. Aber ansonsten wird da wenig Input gegeben. Aber da denke ich, bin ich schon ganz gut weit. Also, dass ich da auf mich achte. Also früher, also beim Schwimmen weiß ich noch, ja, viele Kohlenhydraten, Nudeln, super. Ja, die Spaghetti. Also ja, wirklich, die waren immer mit dabei. Heute wissen wir, war vielleicht doch nicht so das Beste. Vielleicht hätte man das nochmal irgendwie mit was Frischen, was Gemüseartigen oder sowas unterstützen können. Oder ein bisschen Fleisch dazu oder sowas. Aber, ja, also. Also ich kenne es aus der Deutschen Bundesliga. Wir haben immer wieder einen Arzt da, den Dr. Kurt Mosetter, der ja mit Jürgen Klinsmann da zusammen den Weltmeisterschaftstitel erreicht hat. Der war der Sportarzt dort. Und die haben sich alle ketogen eingestellt. Oh. Ja, ja, rigoros. Und auch mit Leipzig haben sie dasselbe gemacht. Aus der Dritten Liga, Zweite Liga, Erste Liga, Champions League. Immer über die Ernährung. Rigoros. Aber auch kein Zucker. Galaktose ist das Thema. Ja, ja. Galaktose, ja. Immer wieder abends so richtig Vollleistung und dann ins Bett gehen mit Adrenalin und Cortison im Blut und so. Macht man das auch in deinem Sport noch oder nicht? Nein, das ist keine gute Idee. Nein, aber das weißt jetzt du. Ja, gut. Aber wird das gelehrt? Gelehrt? Tja, also ich bin ja selber kein Trainer, aber das haben wir nicht gemacht. Also wir haben dann schon zu einer, naja, vernünftigen Uhrzeit aufgehört. Und dann ab dem Abendbrot essen, also eine Stunde vor dem Abendbrot essen ist Schluss. Also 18, 19 Uhr waren schon immer Schluss und dann, nicht 19 Uhr, aber 18 Uhr, 18.30 Uhr und dann ist Entspannung, Regeneration. Weißt du, im Breitensport, jetzt außerhalb von, da kommen wir von der Arbeitswelt nach Hause und dann gehen sehr viele Leute voll rein. Und genau das ist ja extrem schädlich und gar nicht gesundheitsförderlich. Ja, aber ich kann das aber auch verstehen, weil wenn man einen Bürojob hat, den ganzen Tag rumsitzt und man möchte sich irgendwie bewegen, aber wahrscheinlich wäre es dann auch schon förderlicher, ich sag mal, ein Walking eher zu machen, also einen schnellen Spaziergang oder was, leichten Input, leichtes Krafttraining und nicht da voll sich reinhauen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller für die Körper. Und am Wochenende kann man ja mal Läufchen machen oder sowas. Absolut, so ist es genau. Was machst du sonst noch, um dich fit zu halten? Weil du willst ja jetzt noch lange nicht zurücktreten, du willst ja weitermachen, oder? Die nächsten Spiele kommen bestimmt. Und was kann man von dir erwarten noch? Also ich sage niemals, also Ende ist noch nicht. Ich sage niemals nie und ich gebe immer mein Bestes. Und ich versuche mich auch immer noch weiterzuentwickeln, immer noch das kleine bisschen rauszukitzeln, irgendwie mit einem neuen Tool oder mit ein paar neuen Übungen. Da kann man noch was rausholen, nach 20 Jahren, um die höchsten Wirkern. Also meine, nur nochmals, nur Treffen. Es geht alles, es geht alles. Was mich auch noch interessiert, wenn du zielst, darfst du dann noch atmen? Also während des Schusses atmen wir ein und oben, wenn wir dann zielen und kurz bevor der Schuss sich löst, sozusagen. Das ist ja eine aktive Bewegung, was man jetzt von außen vielleicht nicht sieht, aber das entspannt sich denn, indem man dann schießt. Da halte ich dann den Atem oben und sofort, wenn der Schuss weg ist, atme ich wieder aus. Das kann schon mal 10, 20, 30 Sekunden dauern oder länger? 10, maximal 10. Ach, ihr seid so schnell. Ja, ja. Also 30 Sekunden, das ist schon ganz schön lange, aber kommt sehr, sehr, sehr in Form. Ja, genau. Danke, ganz herzlich. Sehr gerne. Nochmals zurück zur Mutti. Zufrieden geworden? Stolz? Ja, voller Stolz. Unglaublich. Ist das das einzige Kind oder gibt es noch mehrere? Einzige. Ja. Nie. Nie erwartet, dass das so weit kommt, dass sie sich so weit vorarbeitet. Und ich habe dann eine alte Lehrerin mal getroffen von ihr, wie sie denn aus Rio mit der Silbermedaille kam. So ungefähr, na da haben sie es ja geschafft. Ich sage, wieso ich? So ungefähr. Die Mutter hat dahinter gestanden mit der Peitsche und so war es aber überhaupt nicht. Das geht auch so. Ja, wie eine Freundin. Ja, das geht auch so. Unterstützen, ja. Du hast da noch was ganz Besonderes mitgenommen. Ja. Das ist nämlich die große Medaille von 2021 aus... Aus Tokio, genau, ja. Darf ich das mal anfassen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Hart erkämpft. Ja, ja. Allerdings. Allerdings. Okay. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich noch niemand so richtig die Ehre gehabt. So was... Boah, ist ja schwer. Ja. Halbes Kilo ungefähr. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich war auch, als ich das erste Mal so eine olympische Medaille... Ja, wirklich. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Mega schön. Die Rückseite gefällt mir fast noch besser. Ach. Die Rückseite ist immer gleich. Für alle Medaillen? Ja. Ach so. Und die Vorderseite, das ist das Emblem, was quasi das Land sich selber designen kann. Okay. Ja. Also, da gab es die nächste Frage. Wenn das jetzt eine goldige wäre, ein halbes Kilo, oder wird die Goldmedaille gar nicht das Gold gemacht? Nee. Also, in Rio weiß ich, dass sie aus Silber war. Und sie waren in Vergulden. Ach. Und die Silbermedaille war auch aus Silber. Aber jetzt in Tokio, das ist alles recycelt, ja. Ach so. Da haben sie ja auch mit geworben. Irgendwie aus irgendwelchen Handys. Die ganzen Teile haben sie wohl gesammelt und haben sie dann eingeschmolzen. Also das Silber sozusagen. Ach ja. Ja. Und die Metalle. Und ja, genau. Das ist so. Schon eine große Ehre. Und jetzt hast du von diesen Medaillen, jetzt erzähl mal zusammen, dreimal Weltmeister. Fünfmal Weltmeister. Fünf? Entschuldigung. Entschuldigung. Olympia, Bronze, Silber und? Ach, ich sage erst mal. Ein paar EM-Medaillen habe ich auch noch, aber ja. Deutsche Meisterin, Europameisterin, Weltmeisterin. Gibt es nur eine Disziplin? Weil ich habe mir aufgeschrieben, in einem Jahr, 2014, in einem Jahr warst du dreimal Weltmeister. Genau, 2018 bin ich dreimal Weltmeisterin geworden und zwar, es gibt auch eine Wintersaison. Die schießen wie auf 18 Meter, eine kleinere Scheibe sozusagen. Das zählt auch. Also da gibt es auch WM, ERM und sowas, deutsche Meisterschaften und da bin ich Weltmeisterin geworden. Und draußen gibt es auch noch den Feldbogenbereich. Da schießt man hoch und runter, also im Wald, auf Feldern, auf verschiedene Distanzen. Man muss Distanzen schätzen, wie weit ist die Scheibe weg und dann schießt man da drauf. Das kann ich auch ganz gut. Also ich bin so ein bisschen, im Bogen-Sport bin ich so ein bisschen der Allrounderin. Also ich kann nicht nur die olympische Distanz, sondern auch hoch und runter schießen und auf kurze Entfernung schießen kann ich auch. Also jetzt bist du auch noch Polizistin, also du wirst auch da treffen, wenn es sein müsste. Wenn es drum ankommt, ja. Hoffentlich nie so der Fall sein darf, hoffentlich auch nie. Aber treffsicher wärst du da. Auch. Also ich würde so retroperspektivisch eigentlich eher meinen Kindern andere Sportarten empfehlen. Bogen weiß ich jetzt nicht, das musst du mir noch sagen, aber es gibt so Randsportarten. Da bist du fast alleine in der Schweiz und bist sofort an der Olympiade. Ich sage mal so Rollhockey, mit Rollschuhen. Es gibt also einfachere Sportarten, um sofort zur Elite zu gehören. Außer Auskünstlauf, das ist jetzt echt eine ganz schwierige Geschichte. Wie sieht das beim Bogen aus? Ist das auch ein riesen Konkurrenzkampf? Also ich muss gestehen, es sollte einfach nur Spaß machen, oder? Was wollen wir denn? Wir wollen Spaß haben, wir wollen glücklich sein. Und im Bogen-Sport, also in Deutschland oder auch in der Schweiz, da kenne ich auch einige Freunde, da ist jetzt der Konkurrenzkampf nicht so stark. Also ich muss sagen, es ist mehr ein Miteinander. Also bei uns im Team ist es ein Miteinander, wir unterstützen uns gegenseitig, es ist sehr harmonisch. Und so weiß ich, im Schweizer Team ist es auch so, soweit ich, was ich mitbekomme. Und es ist nicht so doll gegeneinander, nee. Also wirklich, der Bogen-Sport ist eine tolle Sportart. Haben Brust schon mal geschossen? Auch, ja, habe ich auch schon mal geschossen. Da gibt es da auch Weltmeisterschaften und alles? Ich, oh. Was ist unser Nationalsport? Weißt du, Wilhelm Tell, oder? Ja, Wilhelm Tell, genau. Ich weiß nicht, ob es da auch Weltmeisterschaften bestimmt. Ich habe die aber auch schon mal gesehen in Las Vegas. Da gibt es jedes Jahr das größte Turnier der Welt in Las Vegas, 5000 Bogenschützen. Und die haben auch eine extra Sparte mit Armbrust. Schießen die da auch auf 18 Meter, ja. Dart, auch so ein Thema? Dart finde ich auch cool. Also da staune ich, die schießen ja jeden Tag. Die sind auch der Wahnsinn, ne? Wahnsinn, immer in die Mitte, einfach regelmäßig. Na, Triple 20 lieber, ne? Nicht in der Mitte, Triple 20. Das wird die meiste Punktzahl. Alles klar, aber schwarz, oder nicht? Ja. Also jetzt haben wir das schwarze, das kleine schwarze. Genau. Super. Du, Lisa, danke herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Und danke, dass du uns auch gezeigt hast, dass man Spaß haben darf im Spitzensport. Unbedingt. Und speziell auch an die Mutter, dass sie uns einmal gezeigt hat, irgendwo ist ein Grenzen gesetzt. Und dank diesen Grenzen hat sich eine Sportlerin nicht vorausgabt kaputt gemacht, sondern hat eine andere Leidenschaft gefunden. Und das war der Schlüssel auch zum großen Erfolg, große Genugtuung. Und großer Stolz hat sich daraus auch entwickeln dürfen, mit oder ohne Medaille. Sie wäre trotzdem großartig. Aber sie soll sich nicht kaputt machen. Und das ist schön. Dabei sein ist ja auch schon viel wert. Eigentlich sage ich das immer wieder, aber das sind immer so diese Ausreden, die man immer wieder hört. Ich finde sie auch völlig richtig. Aber das Kind kann sowas nicht hören. Obwohl es ist ja eine großartige Ehre, überhaupt an einer Olympiade mitmachen zu dürfen. Mit dem Reinlaufen in die Arena und alles. Schon eine große Sache. Und du vertrittst Deutschland, oder? Ja. Das muss man schon sagen. Schon schon, ja. Und sie ist bei uns im Studio in der Schweiz als deutsche, großartige Sportlerin. Also wir würden sie auch adoptieren als Wilhelmine Tell. Treffsicher nicht nur den Apfel, sondern wirklich auch ins kleine Gelbe. und das ist wirklich eine großartige Geschichte. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und möge ich noch ganz viel von dir lesen. Vielen Dank. Ich werde dir die Augen offen halten, wenn ich den Sportteil lese. Und wenn ich dich sehe, dann streiche ich dich an und schicke dir eine Gratulationsmeldung. Wir machen eine Sendung, Sondersendung. Das nächste Mal sehen. Und auch der Mama, herzlichen Dank auch für den Mut, sich hier mal zu zeigen. Aber auch die Geschichte mit der Fibromhyrurgie. Eine ganz gute Genesung, auch weiterhin. Und schön, dass diese einen Felder, diese kleinsten Felder hier einen großartigen Dienstewiesen haben. Höre ich immer wieder aus dem Spitzensport. Ich habe noch ein paar Boxer schon hier gehabt, die berichten mir dasselbe. Scheint so ein bisschen ein Insider-Tipp gewesen, innerhalb der Sportszene, aber auch für Privatmenschen. Alles Gute euch beiden. Danke schön. Danke für den Besuch in der Schweiz. Und Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.